Aber eine Idee, die Cues zu trennen, das ist halt keine Idee. Weil das das Grundprinzip von dem Genre ist. Das darf nicht passieren. Niemals. Dass man nicht weiß, wer um die Ecke ankommt. Dass es ein Zweierteam ist, dass es ein Dreierteam ist. Dass es ein Hochlevel-Liga-Spieler ist. Genau das ist ja das, warum wir das Spiel spielen. Wir spielen dieses Spiel. Warum spielen wir dieses Spiel? Wegen dem Nervenkitzel. Und dieser Nervenkitzel kommt erstens, weil du alles verlieren kannst. Du weißt, du gehst rein und ab der ersten Minute bist du unter Gefahr, dass du deinen Loot verlierst. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, du weißt nicht, was dir entgegenkommt. Kommt dir ein Level 80-Spieler entgegen? Oder kommt dir ein Noob-Spieler entgegen, der gerade Angang hat, das Spiel zu spielen? Das ist halt dieses Escape-from-Tarkov-Feeling. Du weißt nicht, was um die Ecke kommt. Du überlegst zweimal, gehst du den Kampf ein oder nicht? Bist du in der Lage dazu momentan mit deinem Zustand oder lässt du es sein? Weißt du? Weißt du den Kampf aus? Und Nightgoth. Nightgoth, vielen, vielen Dank für den Follow. Danke dir. Grüße, geht raus. Und das ist aber das Grundelement von dem Spiel. Das ist kein Call of Duty, kein Battle Royale. What I have done cannot be undone. Sehr reif, danke. Z-E-R-E-F-1-1-8-8. Vielen, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Und Nightgoth, moin, moin, grüße dich. Also du sollst in diesem Spiel nicht jeden Spieler, der dir entgegenkommt, angehen und angreifen. Das ist sozusagen, wie soll ich das erklären? Wenn jemand, der noch nicht so richtig Tarkov gespielt hat, vielleicht ist es schwierig, das zu vermitteln. Aber das ist die Grundessenz. Das ist ein Survival Game und kein, ähm, wie soll ich sagen, kein Team Deathmatch. Sagen wir mal so, es ist kein Team Deathmatch. Du sollst nicht reingehen und gegen jeden gewinnen können. Das ist extra so. Das ist das, was das Spiel ausmacht. Das ist so wichtig, Leute, dass man das versteht. Das ist so wichtig. Deswegen macht das Spiel so viel Bock und Laune. Das ist das, warum wir jahrelang Tarkov spielen. Es ist das, weil du jede Runde sterben kannst durch irgendeinen Vollhorst, der Level 1 reinkommt und den Headshot gibt. Dieses Gefühl, das ist es. Das macht das Spiel aus. Dieser ständige Kick, dieses Adrenalin und so weiter. Du ärgerst dich. Du regst dich auf darüber. Was kann nicht sein, diese Level 1 Spieler? Das kann nicht sein. Halbe Stunde regst du dich auf. Gehst raus. Zigarette rauchen. Bier auf Ex. Das ist es. Die Emotionen, die das Spiel weckt. Es triggert dich. Es macht dich fertig. Ja, das ist es. Das klingt so kaputt irgendwie. Aber das ist das, warum wir das spielen. Dass wir darüber reden. Dass wir diskutieren. Dass wir weinen. Boah, gestern hat mich irgend so ein Idiot weggeholt. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Und du erzählst darüber. Das zeigt, wie sehr das bedeutet. Und die Emotionen triggert und so. Ich sag mal so. Ich sag's mal so. Was ist ein guter Film? Ein guter Film ist ein guter Film, wo du am Ende geweint hast, gelacht hast, geheult hast, dich aufgeregt hast. Wenn du keine dieser Emotionen hattest in diesem Film, dann war es kein guter Film. Egal, wie inhaltlich wertvoll das Ganze war, ja? Und genauso ist das bei Computerspielen. Wenn ein Computerspiel dich emotional triggert, dann ist es ein gutes Spiel. Egal, Grafik oder sonst irgendwas. Und ein Spiel, was das schafft, das ist super selten, ist das der Fall einfach. Die meisten Spiele kicken null. Gehen einem Arsch vorbei. Die nerven einen gar nicht. Call of Duty, gehst rein, stirbst tausendmal. Scheißegal, spielst nochmal tausendmal. Ja. Aber bei Escape from Tarkov gehst du rein und du hast Adrenalin. Du kommst ins Schwitzen. Von Anfang an. Weil du weißt eben darum, um die Ecke kann jetzt der krasseste Spieler der Welt kommen. Fünfmacher Weltmeister. Und du willst ihn nicht facen. Du willst ihn nicht facen. Also machst du auf Schleicher und schleichst rum und denkst, oh mein Gott, wie kann ich da irgendwie lebendig rauskommen, ja? Oder du gehst hin und killst einen hochleveligen Spieler und lootest ihn und denkst, oh mein Gott. Lila Rüstung, krasseste Waffe, da komm ich in einem halben Jahr noch nicht hin an dieses Zeug, komm ich nicht ran. So wie ich spiele, komm ich niemals da ran. Jetzt habe ich ihn lucky gekillt. Unglaublich. Ich habe jetzt diesen Loot. Ich gehe jetzt mit zitternder Hand raus. Weißt du? Das ist das Feeling. Hast du diesen hier und denkst, oh mein Gott, ich muss jetzt diesen Loot sichern. Und alles das würde man zerstören, wenn man die Queues trennt. Wenn man sozusagen predictable macht, vorhersehbar macht, was um die Ecke kommt. Oh, es ist eine Solo-Queue. Also kann mir gar kein Duo-Team entgegenkommen. Oh, Schritte. Let's go. Renn ich hin. Baller ich ab. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Wenn das passiert, geht ein großer Teil des Spiels leider verloren. Und dann ist es auch kein Pendant mehr zu Tarkov. Muss man auch dazu sagen. Also wenn das mal passieren sollte, dann ist sozusagen dieser Vergleich, den wir die ganze Zeit machen, ja, Tarkov hier, Tarkov da, der wäre dann komplett weg. Und, ähm, ob das gut ist oder schlecht ist, vielleicht ist es auch was Geiles. Kann ja sein. Das wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es halt das Spiel komplett abwerten würde, weil das ist halt das, was es auch ausmacht, ne? Dieser Kick und so weiter. Boah, jetzt habe ich aber eine lange Rede gehalten hier. Holy shit. Ja, ich weiß gar nicht. Zu viel gelabert. Wenn ich Gegner sehe, die lasern mich komplett weg. Moin, mein Mantro. Küssst du dir erstmal. Moin, moin. Ignaz, verstehe das richtig, dass ein Zwei- oder Dreier-Team genervt werden? Das heißt, ein Solo-Player macht mehr Schaden und ähnliches? Ich meine, das MMR der Spieler addiert sich im Team. Wenn du einem Duo-Team entgegenkommst, addieren sich die MMRs der einzelnen Spieler. Das heißt, wenn du ein MMR von 200 hast, dann kannst du davon ausgehen, dass jeder der Gegner ein MMR von 100 hat. Ja, also ungefähr. Das ist natürlich eine komplexere Formel, klar. Aber so Milchmädchen-Rechnung-mäßig ist es so, dass dann jeder Einzelne von denen viel schwächer ist als du. Wenn du um Duo-Team reingehen würdest, dann würdest du die Gegner nie sehen, weil die viel zu schlecht sind für dich, weißt du? Du würdest dann mit stärkeren Leuten gematcht werden. Aber als Solo wirst du dann mit den schwächeren gematcht. Und so versuchen sie sozusagen wieder alles in eine Balance zu kriegen. Das haben sie machen müssen, weil es für Solos einfach unglaublich schwer war in der CB2. Das war einfach zu krass. Und wir haben super viel Feedback gegeben. Ich hab gesagt, auch Schalldämpfer, Leute. Gibt Solos Schalldämpfern? Schalldämpfer, Schalldämpfer. Ping-System rausnehmen, klar. Mehr Ausgänge für Solos. Kommt vielleicht. Perks. Perks. Solos werden Perks kriegen. Ist noch nicht raus. Werden wir Season 1 kriegen wahrscheinlich. Es kommen Perks. Wir werden sehen, wie die Perks aussehen. Und hoffentlich sind sie nicht zu stark. Nicht, dass ein Solospieler wiederum dann alles plattmacht, was ihm entgegenkommt. Aber Solospieler werden Perks bekommen. Also irgendwelche Benefits. Wir werden sehen, was passiert. Season 1 wird es zeigen. Selbstgeißelung. Ja, aber es ist so. Hardcore Survival-Shooter sind Selbstgeißelung. Das lieben die Leute. Guck dir doch mal League of Legends an. Guck dir doch mal League of Legends an. Wie sehr du dich da aufregst. Weil du vier Idioten im Team hast, die dich ankotzen. Und du sagst, was soll ich hier? Mit diesen vier Mongos gewinne ich keinen Blumentopf. Die nerven mich nur. Ich gebe direkt auf. Du regst dich auf und du hast es, ja? Aber sobald du raus bist, nächste Runde wieder rein. Weil diese Emotionen geil sind. Auch wenn sie negativ sind. Das ist so. Du regst dich total auf, nur um fünf Minuten später wieder reinzugehen. Das ist das, was auch League of Legends ausmacht. Ach Gott, wenn ich mit League of Legends-Spielern rede, ich könnte stundenlang mit ihm mich unterhalten. Oder mit ihr. Und nur Hate-Talk machen. Nur Hate-Talk. Das ist scheiße, das ist scheiße. Der Idiot letztens und so weiter. Und dann so nach zwei Stunden haten. Okay, wollen wir eine Runde zocken? Ja klar, let's go. Weißt du? Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht sind die Menschen so aufgebaut, dass das irgendwas im Gehirn triggert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das ist das, was die Leute zum Spielen bringt am Ende des Tages. So krass, wenn man drüber nachdenkt, oder? Meine MMA ist nur niedrig. Ich lasse nur noch die Botsling, glaube ich, machen. Manchocks. Was ist MMR? Matchmaking Rating. Danke dir. Skill. Darum sitzen wir Tag für Tag hier und regen uns über alles auf. Instagram lieben wir es. Ja. Ich glaube, wir lieben es halt, weil wir uns aufregen. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. So vom menschlichen Gehirn her. Weißt du? Ich habe eine Theorie gerade, wo ich darüber nachdenke. Ich glaube, es verliert das Adrenalin. Kann das sein? Kann es sein, dass es das Adrenalin ist? Wenn du dich freust und lachst, stößt du Adrenalin aus. Wenn du in Gefahr bist und diesen Kick hast, Fallschirmspringer, Adrenalin. Wenn du dich ärgerst, auch Adrenalin. Und wir wissen ja, Adrenalin macht süchtig. Also du kannst körperlich abhängig werden davon. Von Adrenalin. Ist das vielleicht das? Sind wir Adrenalin-Junkies? Vielleicht ist es auch das. Nur halt Adrenalin in dem Sinne, dass wir keine bewusste Gefahr eingehen. Also ich springe nicht aus dem Flugzeug. Oder sowas. Sondern bin hier in Sicherheit an meinem Computer. Aber ich spüre trotzdem das Adrenalin. Autorennen fahren und sowas. Vielleicht ist es das. Und dieses Sauerwerden und so. Keine Ahnung. Das gibt uns irgendwie den Kick. Wenn man es so psychologisch angehen möchte. Keine Ahnung. Könnte ich mir aber vorstellen sowas. Machen die mal jede mehr. Ne, gleich viel Damage. Gleich viel Damage. Schönen Dank für alles, Leute. War eine echt coole Diskussion. Nochmal selber über alles nachzudenken nochmal und so. War sehr, sehr egal. Hat viel Spaß gemacht. Hat echt viel Spaß gemacht. Können wir hier nochmal einen Dance reinhauen oder sowas? Haben wir eigentlich einen Dance? Ich habe gar keinen Dance, glaube ich, ne? Naja. Okay, 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 okay. Ciao, 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 ciao.